Wir werden bundesweit einen Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung unabhängig von der Inzidenz nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen. Es kann ergänzend auch ein Test, noch einmal 2G plus genannt, gefordert werden. Die 2G-Regeln werden auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. Ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs.